Hallo Leute, ich hatte eine schöne Karnevalswoche. Ich weiß nicht, ob man es mir ansieht. Ich bin ein bisschen lädiert, deshalb auch etwas zu spät mit meinen drei Gags. Und die drei Gags sind auch noch fünf geworden. Ihr entscheidet trotzdem hier beim Club of Heinz. Ich lese die mal ganz schnell vor und dann könnt ihr entscheiden, welcher von den Gags in den großen Jahresrückblick reinkommt bei meiner FKK-Sitzung. Gag Nummer eins. Ein Beamter des Bundesnachrichtendienstes, Carsten L., lässt schlimme rechtsradikale Sprüche ab. Das hält keiner der Kollegen für meldenwert und dann stellt sich raus, dass es sich um einen russischen Spion handelt. Und ganz ehrlich, wo ist da noch Platz für eine Bronte? Das ist so absurd, wie blutend bis zur Schulter ins Piranha-Becken zu greifen und sich dann anschließend zu wundern, dass man dann nach Arm dran ist mit Arm ab. Ich weiß gar nicht, ob es ein Gag ist oder eher einfach nur eine Überlegung, aber könnt ihr ja trotzdem toll finden. Dann zweitens war eine Karnevalsüberlegung. Kennt ihr das? Wenn man in der Kneipe steht, über den nächsten Tag nachdenkt und denkt, oh wei, oh wei, oh wei, und euch klar wird, dass ihr dringend einen Plan B braucht und einem dann dabei auffällt, dass man noch nicht mal einen Plan A hat. Kramatikalisch ein bisschen durcheinander, aber ist egal, ich lasse das heute einfach mal so. Dann haben wir hier als drittes. Der größte Skandal der Woche. Eine Firma von israelischen Ex-Geheimagenten bietet als Dienstleistung an Desinformationen, Wahlen, Fälschen, Tricksen und Täuschen. Ich denke, die haben doch nur den Ratschlag meiner Mutter befolgt. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Was ich nicht verstehe, wenn Mossad, FSB und die CIA das machen, ist das genauso schlimm, aber kein Skandal. Das Einzige, was mich bei der ganzen Sache beruhigt, ist, ein Insider des BND hat kommentiert, was die gemacht haben, war so gekonnt und anspruchsvoll, das hätten wir niemals hingekriegt. Ja, das hatte ich noch hier gefunden, fand ich sehr schön. Was tun mit den Corona-Arrestbeständen? Es gibt gute Lösungen. Die alten Masken werden jetzt einfach überteuert, entsorgt. Es fließen da wieder Schmiergelder. Alles bleibt beim Alten. Die Corona-Leugner leugnen jetzt Putins Angriffskrieg. Aber selbst ausgewiesene Experten haben keine Antwort auf die Frage, was machen wir mit Karl Lauterbach? Das war das vierte. Und jetzt das fünfte. Schlagzeile in der Bild-Zeitung. Jede Woche 300 Mal Medizin-Fusch. Schlagzeile bei mir im Hirn. Jede Woche 600 Mal unsauber recherchierter Presse-Fusch bei Bild. In dem Artikel stand übrigens wirklich, 90% aller Patientinnen waren in dieser Woche Frauen. So, Leute, ja, gebt mir eine kleine Rückmeldung. Ihr habt schon gemerkt, ich habe einfach mal so einen schönen Hintergrund gemacht, um es ein bisschen spannender zu gestalten. Lenkt der ab? Ist der gut? Schreibt mir was in die Kommentare. Wird mich freuen. Und ja, danke und toll, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, ihr habt genauso schön gefeiert wie ich. Und ich hoffe, ihr habt auch schon gefeiert wie ich.